Hier sind die Fans in Regensburg Legionäre! Die Fans in Regensburg Legionäre! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's. Oh, what a ball! Und da ist das Spiel für Neue für die Anerkennung! Und natürlich gibt es auch heute den Fan des Tages, deswegen wird hier... Wohin! Er ist jetzt, Jay Bettsen! Er ist jetzt, Herr Bettsen! Aber das ist kein Grund, leise zu werden.